Wir kommen daher aus dem Morgenland, wir kommen geführt von Gottes Hand. Wir wünschen euch da ein fröhliches Jahr, Kaspar, Melchior und Balthasar. Es führt uns der Stern zur Griffe hin, wir grüßen dich, Jesus, mit frommen Sinn. Wir bringen dir unsere Gaben da, weil auch Mürde und Gold für wahr. Wir bitten dich, segne nun dieses Haus und alle, die gehen da ein und aus. Verleihe ihnen zu dieser Zeit große Frieden. Die Sternsingeraktion 2021, in diesem Jahr coronabedingt, anders als gewohnt, aber trotzdem nicht unmöglich. Ich stehe mit den Sternsingern hier vor der Weihnachtskrippe in der Rabanushauskapelle der Stiftschule in der Mölleburg. Und weil die Sternsingern in diesem Jahr nicht zu euch an die Haustüren kommen können, um euch den Segen Gottes zu spenden, wollen wir mit diesem kleinen Video zu euch kommen. Ich wünsche euch viel Freude dabei. Hallo Leute, dieses Jahr sammeln wir für arme Kinder in der Ukraine. Aber um ihnen eine Freude zu machen, brauchen wir euch. Also spendet unter der eingeblendeten Nummer einen kleinen Geldbetrag. Ihr könnt eure Spende aber auch in den Kollekteköpfchen oder Fahrbüros eurer Gemeinde abgeben. Bei Schnee und bei Sonne, bei Hagel und Regen, ziehen wir durch die Straßen und bringen den Segen. Wir singen von Gott, der als Kind uns geboren, von Engeln, die singend in Frieden beschworen. Vom Stern, der für Hirten und Könige strahlte, der Hoffnung für alle im Finsternis malte. Wir singen bei vielen, denen sie gern nicht mehr sehen. Für sie sind wir hier und für sie wollen wir gehen. Wir bringen den Segen und bitten um Gaben für die, die kein Licht, keine Hoffnung mehr haben. Den Kindern im Osten, im Westen und Süden, sei Hilfe und euch unser Dank nun beschieden. Wir ziehen jetzt weiter, der Segen bleibt hier. Wir schreiben ihn gern an eure Tür. Gott segne euch alle das ganze Jahr. Das wünschen Kaspar, Welcher und Waltersohn. Wir wünschen euch noch eine schöne Weihnachts- und Dreikönigszeit. Eure Sternsinger. Den Segen und die Spendentütchen könnt ihr euch in allen Tieren der Seelsorgeeinheit abholen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bis hoffentlich nächstes Jahr. Tschüss. Tschüss. Auf dem Wege, den wir gehen, sollst du sicher sein. Und ich wünsche Glück und Segen, Friede gehe aus und ein. Gib mir deine Hand, auf Wiedersehen. Du hältst meine Hand beim Auseinandergehen. Schalom, 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 auf Wiedersehen. In dem Haus, in dem wir leben, sollst du sicher sein. Und ich wünsche Glück und Segen, Friede gehe aus und ein. Gib mir deine Hand, auf Wiedersehen. Du hältst meine Hand beim Auseinandergehen. Schalom, 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 auf Wiedersehen. In der Freundschaft, die wir halten, sollst du ehrlich sein. Und ich wünsche Glück und Segen, Friede gehe aus und ein. Gib mir deine Hand, auf Wiedersehen. Du hältst meine Hand beim Auseinandergehen. Schalom, 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 auf Wiedersehen. Schalom, Schalom, Schalom.